hallo zusammen heute mal was anders von mir heute mal eine unboxing video für euch wie ihr seht ein schuhkarton aber ass aber es ist nicht ein gewöhnliches schuhkarton da drin sind assisch schuhe assisch laufschuhe ein neues modell und zwar moment mal ich muss mal scharf stellen ach sich geld cumulus 17 ach sich geld cumulus 17 im blau wie ich finde sehr elegant sehr schön sehr leicht so die besonderheiten wir haben hier unten ein geld schicht und hier hinten und hier vorne auch schauen wir uns die sohle an sehr schön gutes profil geeignet sowohl asphalt und auch waldwege perfekt ergonomisch schaut euch das tolle blau an wirklich schick schauen wir nach innen die übliche synthetik sohle in schwarz kommen wir zum preis ich habe unter 29 euro für die schuhe bezahlt meine frau wurde sagen sehr viel geld vor allem sportschuhe vor allem laufschuhe aber ich muss sagen es lohnt sich wirklich ich habe mich für diese schuhe entschieden weil ich vorher schon das modell cumulus 14 hatte mit dem cumulus 14 bin ich ich mehr als 1000 kilometer in genau ein jahr gelaufen am schluss am schluss hatte danach doch die federung sehr nachgelassen wie ich jetzt im vergleich noch mal besonderer merke was gibt es noch zu sagen um diese coole schuhe warte ich zeige euch die 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 zweite ja gibt es zwei schuhe sind wirklich sehr federleicht sehr angenehm zu tragen man läuft wie auf die wolken man merkt tatsächlich noch mal eine verbesserung zum cumulus 14 die federung ist wirklich sehr gut was zum beispiel für mein schwergewicht sehr wichtig ist ich sage euch nicht wie viel ich wiege und ich kann mich nicht mehr mit weihnachtsfeiertagen rausreden ja ich freue mich schon sie gleichen anschluss in die praxis zu testen also ich finde die preis leistung verhältnis stimmt hier so also ich bin bin voll begeistert es fällt einer wirklich nicht schwer damit joggen zu gehen man hat er das gefühl zu schweben wenn man wie ich zwei drei vier mal die woche joggen gehen 20 30 kilometer das lohnt sich da das schön ein guter schuh das lohnt sich wirklich auf ein guter schuh zu investieren ich hatte vorher jedes mal schmerzen und musste eine pause anlegen was mich nicht weiter gebracht hat und ich habe es vorher nie geglaubt das ist meine empfehlung für euch hier unten in beschreibung poste ich die link zu amazon wenn ihr die schuhe angucken und eventuell kaufen könnt und wenn ihr mögt und was soll ich noch sagen ich bin so begeistert und die schuhe schau dir das an blaue schuhe was für ein namen schuhe hammer schuhe hammer schuhe 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 schuhe